Hallo Michael-Freunde, und ja, da bin ich hier. Ich habe ein Stadion gebaut, und ich habe hier einen Stadion gebaut. Ich habe einen Stadion gebaut, und ich habe einen Stadion gebaut. Das ist ja was Besonderes, weil tieflich ist nur, wenn man flug ist, das nur anrufen kann. Ja, dann geht's runter. Ja, hier geht's runter. Ja, hier geht's runter. Piep 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 pie. Piep 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 piep, прямо! Das geht noch nicht. samp der Puckst Потому. Dann ist hier Blaustau, dumm hat es ja mal jemand das aus dem Video gesehen. Noch so ein Vlog, dann Feuer drauf. Ich baue die auch bald mal und das war uns dann das Video. Wenn das gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Und ich kündige euch mal, wenn du fangst an, die Schwingstürme zu bauen. Also seid dran, euer Herr Mr. Dr. Willi.Papa.de küsst mit. Tschüss.